hallo und herzlich willkommen zurück zu pal world ich hätte jetzt fast palia gesagt ich idiot ja wir sind ein bisschen weitergekommen mit der base und ich suche gerade warum läufst eigentlich ja aber wieso portest du da nicht hin weil ich kein port da unten habe ach die musste selber auch noch mal machen dann ja du verbrauchst ausdauer wenn du fliegst ja okay ja ich bin jetzt hinterher gelaufen ich dachte du hast ja so viel ist das ja nicht ich bin sofort auf dem weg jetzt jetzt kriege ich hier überall die wollknäule oder was mir habe ich auch gerade mir fehlen noch zwei da habe ich die fünf die man so von der quest haben soll ja die haben gesagt bis zehn kriegst du diesen ja bei zehn kürze diesen boost und dann aber fünf muss für die quest hier ist der große money mammo rest guten tag hallo warum guckst du so böse ich tue jedoch gar nichts gut jedoch gar nichts man da ist er wieder hallo ignoriert immer irgendwie wenn ich komme und links ist ein ding es ist noch die weißen aber ich meine hier so ein ball müssen wir aufsammeln so eine sphäre heißt das hier drin ja ich habe mir extra keinen bogen gemacht ist der gut er ist nicht gut man sich so meinen machen vor allen dingen bei denen die ja immer abhauen vor die ja weil da ist das schon sehr nervig gewesen ich muss noch mal freischalten hier habe ich ja noch irgendwas ich will noch so ein feuer fox hier vorne im wasser sind welche ja da muss ich einen von holen wenn du dich ein bisschen bei der eine schwung gerade er hat mir irgendwas gegeben ich weiß nur nicht mehr aber ich weiß nicht was also er hat mir irgendwas gesagt von wegen dass er mehr material gibt ja machen tatsächlich gut schaden ja ich glaube ich sollte mir auch feil und bogen aber die feile sind dann weg oder ja die verbrauchst du ja da oben blinkt noch was das hatte ich befürchtet deswegen wollte ich diese feuer pfeile auch nicht machen wobei die vermutlich massiv schaden machen was ist denn das blinkende das ist ein etwas komisch gespawnte sphäre ich muss mal eben den schriebschrein hier einsammeln was für ein schriebschrein ach die kannst du auch einsammeln ja aber die statuen kann ich nicht mehr ach doch die statue ist hier unten eine die habe ich auch schon eingesammelt ja dann kann ich mich auch verbessern ach wahrscheinlich oben die ist aber nicht mehr doch die war woanders ich weiß wo die war dann kann ich mich auch einmal verbessern wir müssen hier oben durch und dann rechts gleich aber hier ist auch ein so ein flug fisch das müssen wir auffangen weil dafür gibt es einen sattel und dann kannst du hier durch die gegend fliegen die affen jagen wir durch den wald die sind auch geil die alpaca mit den pinken reiheels die sehen nicht komisch aus wir sind noch ja dann nimm du die dann nämlich die hier ich will das alpaca haben ich auch oder level 11 da werde ich sterben ja da werde ich sterben er bleibt aber stehen achtung das andere aua nein ich habe eins versucht zu fangen versucht zu fangen ich habe meinen extra schon mal weggenommen wollte ich gerade sagen naja das wird nichts weiß dass das warst du ich hätte sonst gesagt ich schaue da einmal gegen schiebte doch einfach zu mir rüber ja dass das was anderes da oben das blaue das ist ein elefant das ist ja ja der macht auch was aber nicht schießen die sind wahrscheinlich zu schnell dann kaputt nicht hier bleib hier bleib hier ich kriege ich hier rechts blinkt was ich bin ziemlich weit gedingst also ich bin ja genau da hinten ist auch noch auch da essen pflanzen was sind das denn diese foto foto warte mal eben ich muss beim gucken hier sind pilze lieben 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 ich habe liegen funkel lesen man halt zu spät nein wieso rennt der weg ich habe die stunde auch was ist das denn er hat man betäubt hau drauf oh nein das sind die explodierenden ich gehe weg die explodieren oh ist sehr schwer zu fangen diese doch 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 die explodieren alter bleib stehen das ist ja ich komme nicht hoch das ist lieber die erfen holen nein bleib stehen bleib stehen du blödes mistfieh alter der rennt zu dir aber nicht drauf schießen ist fast durch ich wurde mir jetzt ich fand mir jetzt so was auch vor dir ist noch was war auf der top topo hinter dir der explodiert wenn er in der nähe ist für die weg da in der wohnung sind ja auf mich ja weil die auf mich eigentlich anrufen ja toll dankeschön dafür nein bist leider du bist in meiner dings was ist mit dem da oben level 11 war das ist das ist oh ich glaube das war scheiße was macht der viel schaden nein ich dachte der ist kaputt nein der ist weg ich bin ich bin eingedings ich bin fast tot nein ich konnte nicht fangen ich habe mir gefangen sorry ich schmeiß den kerl wieder raus hier was ist das für ein baum hinten rechts ja da musst du die sachen runter pflücken die sachen bauen und hier da oben was ist das für ein baum hier da gibt's sachen so baum sachen also baum sachen aber warte mal das grüne kann ich noch nehmen ich auch und was bist du jetzt hier gerade hier ist doch gerade einer runtergekommen oder nicht nicht den baum abpacken den braucht man vielleicht aber wo sind die affen ich finde die affen gerade nicht die waren hier feuer wasser ich bin so down also scheiße kann ich nicht irgendwie heilen was kann ich denn noch essen was ist denn das hier das wird aber nicht angezeigt oh chile zeigt er an das ist anscheinend auch ein boss oder sowas ne level 11 das ist quasi über dem boss hier am wasser ob ich mir das merken kann weiß ich allerdings nicht auf der anderen seite ist noch ein ei ich habe erstmal meine fünf lampen fälle hier sind auch übrigens leckere fungis wenn du fungis magst ja das ist da drüben das kannst du ab kannst du rüber fliegen und holen ich hab das doch schon hast du auch schon ein ei brüter hast du schon den brüter gemacht ne den muss ich noch machen warte mal ich glaube brutkasten hier ne ich hab die materialien dafür hier ist noch so ein grüner nachdem von eben ich weiß noch nie du machst den ja aber dein fliech macht den nachher kaputt oder so ja aber ich kann das fliech reinholen aber wir brauchen ein bisschen schaden weil ich kann aber warte 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 lassen wir erstmal eben was essen ich bin ziemlich down brauchst du was zu essen oder so ja habe ich essen habe ich aber direkt kaum das ist so wenig kann ich trotzdem angreifen oder nein warte mal ich gebe mir mal ein bisschen mehr leben oh jetzt rennt er weg nicht wegrennen hallo nicht wegrennen hä wieso rennt der weg ja der hat dich gesehen der hat angst vor dir nein vor mir hat niemand angst aber vor mir wird der jetzt angst drin oh macht der schaden ooo 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 o aufgehört zu schlagen. Ey, ich werde nie so ein Vieh kriegen. Doch. Ne. Lass uns die scheiß Affen holen. Ja, die Affen waren hier. Warte mal. Wir müssen woanders hingehen, wo der... Aber ich bin so down. Wo bist du denn jetzt? Ja, ich dachte, ich bin dir hinterhergelaufen. Ich bin deinem Vieh hinterhergelaufen. Ja, pass auf, dann gehen wir mal zu dem anderen Spot. Ich glaube, da waren auch Affen. Da ist auch ein Weg schreit. Also so ein... Ja, ich gucke mal eben hier oben, ob man irgendwas... Weil das ist ja eine Fläche, ob man da was sehen kann. Vielleicht sind die ja ein bisschen woanders hingesetzt. Ne, da, wo diese... Wo diese Türme sind. Da drin ist ein Weg schreit und da waren auch Affen drin. Ah, hier ist ein Affe. Da, unten. Tanzsee. Du heißt er, Tanzsee. Komm, hier, da. Ach da. Hol den Vieh rein. Der macht den sofort kaputt. Ja. Vor allen Dingen darfst du nicht schießen, weil dann ist er auch sofort kaputt. Ich habe keine Pfeile mehr, leider. Schau dir nicht so viel. Er ist genug. Äh, ich sehe dein Ding nicht. Aber er ist schon gefangen. Okay. Äh, ja. Hier ist noch einer. Ich hole mir den. So, ich schlagen. Oh, was ist das denn? Ein Tantifant ist auch... Äh, ein Tiefant. Ach du Scheiße, Wiesentänzer. Doch, das ist doch ein Boss. Aber ein Level-Elfer-Boss. Wo ist er jetzt hin? Der holt sich den Affen. Ja, und Tantifant ist ja auch. Hallo. Den hattest du, glaube ich, nicht bekommen, oder? Nein, er ist tot. Oh, Mann. Scheiße. Liegt noch was, genau? Äh, oh. Nee, den machen wir nicht, glaube ich, oder? Sicher? Weil das ist ein Level-Elfer. Ja, aber, hallo, ich hab, äh, immer noch kein Leben. Ja, ich glaub mir nur das Ei gerade. Ja, komm dann, lass uns probieren. Aber dann hol ich den anderen raus. Weiter, da hinten ist noch was, äh, eine Truhe. Oh, ich krieg dir nicht die Truhe. Wo bist du? Hier. Hier. Keine Ahnung, wo du hingelaufen bist. Keine Ahnung. Wo ich in den Binnen und wo es jetzt gerade so am Blinken war. Ich seh dich immer noch. Oh, ein Tantifant ist da. Aber das ist ein Einser. So, die Frage ist, wo ist der jetzt hin? Warte mal, ich hab Level 8. Oder wir warten, bis wir so Level 10 sind vielleicht. Was mich immer interessiert. Nee, wir können, wir können's probieren. Äh, da hinten sind noch mal zwei Tantifanten. Ja, ja, ich hab einen jetzt. Das sieht leicht gebrochen aus. Wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Hä? Seh ich dich nicht mehr? Ach, da. Komm her. Das ist doch der Liff, Munk. Ja, ich will auch einen. Stopp, stopp, nicht so viel, nicht so viel. Uh. War knapp, war knapp. Das war richtig knapp hier hinten. Das ist noch mal ein Affe. Ja, einen hab ich. Sollen wir den, ja, Affen kann man nie genug haben. Nein, bleib stehen, du blöder Affe. Ja, dafür ist der Pfeil gut. Der Bogen, der ist ja nämlich gefokust auf dich. Oh, was ist denn hier? Ja, da müssen wir gleich hin. Hau den nicht so doll. Guck mal, da unten ist noch eine Schnecke. Äh, im Hau den etwa. Aua, der hat mir was verpasst hier gerade. Hier unten, guck mal. Da unten ist so eine... Na ja, warte. Mach sie jetzt? Ja, ich hab ihn, okay. Der unten, der geht gerade durch das Tor. Hier, dieser Zehner, der wir uns gerade... Ach, den roten? Nee, den ist ein grünen hier unten. Ah, warte mal, links ist ein Schnellreisepunkt auch. Ja, aber das war scheiße, glaube ich, oder? Wieso ist das scheiße? Ich wollte den nur freischalten. Ja, aber fällt sie nicht. Nein, man kriegt ja keinen Fallschaden. Äh, komm mal. Ich bin geflogen. Nie geflogen. Ja, ich bin geflogen hier runter. Hast du das nicht gesehen? Ja, geh mal da durch das, wo die beiden Türme sind. Da ist noch so ein grüner. Ich werde mich diesmal zurückhalten, aber ich hole dann auch nicht den anderen. Nein, so ein großer grüner. Wo ist der hin? Hier hin, aber der. Kann der nicht eigentlich in diese Richtung? Drängt der mich auch noch extra ab, damit ich nicht da hinkomme? Warte mal, was ist denn da hinten? Ah, nee, das ist auch ein Tiefhahn. Oh, wo rennt der jetzt hin? Willst du mich veräppeln? Junge, du bist so groß. Wieso hast du Angst vor mir? Ich komme ja gar nicht hin von der Seite. Doch, hier. Ja, weil die eine Stunde mit Klettern beschäftigt ist, kann ich den nicht hauen, oder was? Jetzt hau den! Ich kann wieder nicht hauen. Wieso kann ich nicht hauen? Ich habe ein bisschen gehauen. Nein! Hä? Achso, ich dachte, der ist tot. Ich höre jetzt auf. Du kannst selber entscheiden. Aua! Ja, es war aber nur 30%. Ja, das dachte ich mir schon. Da ist er. Ich muss nochmal hauen. Jetzt! Ja, äh! Aua! Hä, der ist gestorben. Nee, ich dachte, der wäre gestorben. Alter. Willst du mich verarschen? Nicht! Oh! Ich hau nicht mehr. Das ist jetzt gut. Nein! Aua! Der killt mich die ganze Zeit hier. Das war bei Pokémon auch so. Wenn du den einmal ganz knapp nicht gefangen hast, und du wirfst dann nochmal einen Ball hinterher, dass das sein kann. Oh, du hast den Ball jetzt mit. Okay. Was? Wolltest du den noch haben? Nee, nee, ist okay. Ähm. Ja, sollen wir jetzt zurück erstmal? Da müssen wir den Schnellport nehmen, am besten. Oder wolltest du noch ein paar von den Elefanten nehmen? Die laufen schon weg, wo du das sagst. Links ist aber noch ein Ball, den kannst du dir noch holen. Da geradeaus. Wo? Ich brauche keinen. Nee, zwei sogar. Nee, warte mal. Hier ist ein Ball und da oben ist so ein Palding. Ein Stein, ne? Äh, Splitter. Äh. Achso. Da ist noch ein Affe. Ja, weil das so am Blinken war, habe ich jetzt gedacht. Ist das hier was Besonderes? Wie viel Platz habe ich denn? Ich hole mal ein bisschen von dem... Wenn ich schon hier bin, kann ich ein bisschen Erz mitnehmen. Hier ist noch ein Ball. Ich gucke gerade wegen den Affen. Ja, ich muss erstmal den Affen, sonst läuft er wieder weg. Ja, Pokémon habe ich, glaube ich, nie... Weiß ich gar nicht, ob das früher mal gespielt hat. Da oben ist noch ein Affe. Der macht auf sich aufmerksam. Willst du den noch holen, oder? Kann man machen, aber ich wollte eigentlich eben mal die Erz holen, weil das brauchen wir dann auch irgendwie. Ja, die haben aber bei uns aber auch ganz viel. Ja, aber so viel ist da nicht. Tu dich da nicht. Du brauchst echt viel Eisen. Also, ich bin jetzt gleich auch voll, also ich meine jetzt voll vom Eisen. Ja, ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Mhm. Ja, ja. Äh, Werte erhöhen, mehr Gewicht tragen. Ja, muss ich auf... Ja, jetzt bin ich voll, das ist schlecht. Dann werf was ab, du nehm ich's mit. Nee, nee, ich bin... Wie, werf was ab? Ich kann das abwerfen? Ja, du kannst draufklicken und dann gibt's unten einen Button abwerfen. Dann kannst du das hinwerfen. Und dann bist du... Ja. Dann könnte ich's mitnehmen, aber... Oh, nee, ich kann auch nicht mehr tragen. Oh, hä? Ich hab das doch gar nicht mehr genommen. Jetzt bin ich auch voll. Was hab ich denn hier drin? Da gibt's aber keinen Button. Achso, doch, da. Achso. Du musst das Item anklicken und dann abwerfen. Ja, ich hab jetzt ein Ei weggeworfen. Nein. Warum... Nein, so ein Essbares... Das ist doch ein Essbares, Alter. Hallo, warum gehen wir eigentlich nicht da hinten zu den Türmen, zu dem Schnellreisepunkt? Das geht doch noch schneller. Ja, ich such den gerade. So, wenn du nicht zurücklaufen. Ja, komm, komm mit. Das war doch nur normales... Ja, ja, das war so normales... Oh, scheiß drauf. Ich bin mit beiden gleich schnell... Warum hab ich eigentlich keinen Foxy? Mein Foxy ist nicht... Ah, hier sind auch Bären. Aber die Bären müssten wir nicht mitnehmen. Ne, das ist mir jetzt leider zu viel. Ja, ein paar Bären nehme ich mal mit, so. Ich komme mir so ein bisschen vor wie Indiana Jones hier. Warum? Mit der Fackel und dann diese Ruinen. Wenn auch die Musik täte. Ja, aber Musik fehlt hier drin so ein bisschen in dem Game, ne? Äh, nee, also ich fand, das ist so ein bisschen Punkt, Punkt, Punkt mäßig. Ich will das Wort nicht zu oft sagen in diesem Spiel, weil es ja eh schon verglichen wird. Ähm, aber die Musik fand ich sehr schön. Ich hab sie nur halt natürlich aus lizenzrechtlichen Gründen mal wieder ausgemacht. So, links wäre übrigens auch noch eine Schnellreise gewesen, so wie es aussieht. Turm-Syndikat-Eingang. Da müssten wir dann demnächst nochmal hin. So, jetzt mache ich die aber wieder weg. Hallo. Alle sind sich hier am Schlafen. Was sind das für Leute hier? Pals. So. Was habe ich denn da? Achso, das ist dieses komische... Tun wir das mal rein. Das, das, das. Hä, der hat überhaupt nicht die Pals. Hä, mir fehlen Pals. Du hast so wenig da drin. Ich hab viel mehr gesammelt. Die gehen noch in deins auch rein mit. Was mache ich denn jetzt mit diesen Schattentechnik-Frucht und so? Warte mal, wir müssen jetzt gerade mal was gucken. Weil es kann sein. Wo mache ich denn nochmal eine Base hier? Noch eine zusätzliche. Normalerweise kannst du das nicht, nehme ich mal an. Ja, aber das Problem ist, meine Pals sind nicht... Ach, hier unten ist so ein Leuchtener jetzt. Habe ich noch. Wassertechnik-Frucht. Hohe Viskosität ist ziemlich nützlich. Ich muss das mal rein. Mann. Hä, das ganze Gold ist weg. Wie, das ganze Gold ist weg? Ich hatte fast 700 Gold hier drin. Das ist alles weg. Hä, kann nicht wegfallen. Och nee. Er hat mir nur wieder das Falsche angezeigt. Ja, das... Dieses Ding... Oh! Also, das ist so Mist mit dem... Gott. Diesen Effekt hatte ich schon mal. Dass ich voller Panik geschrien habe. Oh Gott, die ganzen Sachen sind weg. Oh, je... So viel Zeug hier... Oh, ich bin überladen. Äh. Ach so. Nein. Äh. Das. Bringe einem Pal damit Düsterwelle bei. Ach so! Bringe einem Pal damit Säureschauer bei. Geisterlohe für Feuer. Damit die besser kämpfen können, oder was? Ist das cool. Wo sind die denn? Was sind die... Oh! 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 Ich hab so ein Leuchten geholt. Komm, schnell ins Lager! Ja, hab ich auch. Hab ich geholt. Auch einen schon. Nein, ich hab ihn nicht getroffen. Mach schon. Aber ich möchte mal wissen, ob die in deinem Lager hier landen. Oh, was ist denn hier los? Wir sind angegriffen hier von irgendwelchen. Ja, das ist unserer. Aber die landen nicht in deinem. Ach so, dann bei mir noch. Ach, der schläft gerade. Hab ich mich jetzt erschrocken. Hä? Äh, warum bin ich jetzt so... Äh, irgendwie ist das komisch. Warte mal eben. Oh Gott. So. So, meiner ist hier drin gelandet, ja. Wo denn? Ich seh den aber nicht. Den tausche ich mal gegen den... Hallo, ich seh den nicht. Ich würde den gerne gegen den Tifan tauschen. Jetzt hab ich ihn getauscht. Ähm... Oh, das Alpaca ist Level 9. Das mach ich mal lieber hier rein, weil die sagen, dass man die sonst nicht so unter Kontrolle hat. Feuer ist da unten. Wenn ich da... Wie kann ich dem das jetzt beibringen? Details am Sinn? Kannst du ihm beibringen? Ja, diese... Dieser... Diesen Angriff. Was meinst du denn? Was willst du wem beibringen? Ich hab nur ein Feuer-Pokémon hier drin. In dem will ich den Feuerangriff beibringen. Ja, den musst du erst mal rausholen. Hol den mal raus. Stell den mal irgendwo hier hin. Der ist aber irgends da hinten gerade. Ja, genau. Ähm... Dann wäre die nächste Frage... Hast du... Achso, so kann ich wählen. So. Ne, jetzt guck mal. Da steht jetzt mit F irgendwas. Guck mal bei dir in der Mitte. Ne, weil der wieder wegläuft die ganze Zeit. Boah. Du musst den in die Hand nehmen können. Also da steht Flammenwerfer oder irgendwie sowas steht da drin. Bleib doch mal hier stehen, du blödes Vieh. Warum rennt der so weg vor dir? Ja, weiß ich nicht. Die rennen ständig vor mir weg. Das ist so nervig. Muss was essen. Der muss anscheinend auch was essen. Keine Ahnung warum. Weil er so blöd rumläuft wahrscheinlich. Alter, komm zu mir! Komm zu mir. Bleibe hier. Sobald ich mich bewege, rennt der weg? Hat das was damit zu tun, dass ich die Waffe in der Hand hab? Ne. Guck mal, ich hab Feuer in der Hand. Da rennt er auch mit weg. Hier unten sind übrigens viele von den Dingern. Ja, aber ich versteh's grad nicht. Ich habe viel mehr Dinger gefangen. Die sind alle nicht bei dir drin gelandet. Das heißt, ich muss meine Box irgendwo hinstellen. Entweder stelle ich die zusätzlich hin oder ich stelle sie unten hin, dass wir noch einen Bereich haben. Was aber auch irgendwo scheuer ist. Ja, und komisch. Ja, aber irgendwie so muss das wahrscheinlich... Ich sag's mal so, ich kann sie nicht sehen. Ich stelle sie mal hier vorne hin. Ich sehe halt nur die, die ich gefangen hab. Ich weiß zwar nicht genau, ob ich jetzt drei von den Affen gefangen hab, aber die anderen, die passen alle. Überlappt sich mit einem anderen. Also ich kann bei dir hier keins mehr hinmachen. Ne, ne, da musst du was weiter runtergehen. Weil hier oben ist ja doof, wenn ich hier anders hinmache. Ja, musst du denn da unten, wo jetzt die leuchtenden Viecher sind? Ja, aber ich will... Soll ich das da unten hinmachen oder ich kann's ja auch hier neben dir machen, hier oben? Du hast nicht genügend Material. Jetzt hab ich nicht genügend Material. Och, willst du mich verarschen? Nein! Alter! Alter! Ja, aber das ist doch bescheuert. Dann muss ich die ja auch schützen. Weil hier ist eigentlich ein ganz guter Punkt, wo man sich gut verteidigen kann. Wenn ich hier unten hinmache... Was geht denn hier los? Hey, warum ist der jetzt tot? Och, was ist das für eine Scheiße? Irgendwas hat da oben geschossen. Ja, deine ganzen Dinger haben... Wieso kommen diese blöden Idioten hier runter, während ich den gerade fange? Ja, weil die... Ja, super, die... Nee, ganz weg sind sie noch nicht, aber die sind gleich weg, bevor ich da bin. Was ist das für eine Scheiße? Der Bereich ist gar nicht bis da unten. Ja, toll. Jetzt ist hier nur noch eins, was so hoch ist vom Level her. Super. Beziehungsweise zwei. Ich will halt gerade keins haben, was so hoch ist. Was ist das für ein Mist, dass diese blöden Viecher da mit drauf gehen? Nein, jetzt habe ich keinen Ball mehr. Willst du mich verarschen? Hä? Ja, geil. Also, das ist fast tot, aber ich kann es nicht einfangen hier unten. Da du nicht kommst, kannst du es auch nicht einfangen. Ich habe auch nur noch einen Ball, wo du ein bisschen nicht kann kommen. Ach, du bist da ganz unten, ach Scheiße. Warte, ich komm. Ich habe geflogen. Oh, ich kann nicht mehr rennen. Aber ich habe nur einen einzigen Ball. Ich weiß nicht, ob das reicht für das, was der jetzt anzeigt. Ich kann noch mal draufhauen, aber... Oh, das könnte... Das wird nichts, oder? Nee. Oh, doch, könnte gehen. Das war knapp. Alter. Das war der letzte Ball, den ich hatte. Ja, den einen, den habe ich jetzt daneben gehauen, weil diese Idioten oben den kaputt gemacht haben. Sonst hätte ich ja oben noch eins gefangen. Oh. Das war jetzt wieder eine Aktion hier. Vor allen Dingen so völlig unnötig, dass die hier am Angreifen sind, obwohl die alle am Schlafen waren. Ähm... So. Na, wer kommt denn und hilft mir? Oh, hallo, Blinfer. Äh, hallo. Pinguin. Pinguin oder Blinfer? Nee, Blinfer war ein Pokémon. Das ist mir gerade so rausgerutscht. Also, ich kann die Box nur vorhin machen. Schlammschuss gelernt. Der Affe hat Schlammschuss gelernt bei mir. Ja. Okay, immerhin. Was habe ich denn da jetzt bekommen? Warte mal. Ich glaube, ich habe von denen eine Giftdrüse bekommen. Nee. Achso. Kann ich nirgends wo hinbauen. Moment, ich wollte... Äh, äh... Ah, nee, muss ich erst mal freischalten, ne? Das habe ich noch nicht freigeschaltet. Habe ich denn noch Punkte? Ja, ich habe 15 Punkte. Hallöchen. Dann machen wir uns nämlich mal eben den Bogen. Wenn wir unterwegs mal wieder welche haben, die einfach weglaufen, dann kann man einmal drauf schießen und in der Hoffnung, dass du... Och! Pellpacker-Sattel kann ich freischalten. Ah, und ich kann endlich den Zerkleinere machen. Sehr schön. Neue Kleidung. Und ein Daydream-Halsband ermöglicht es Daydream, wenn es im Team ist, durchgehend draußen zu bleiben und ihr Schützenhilfe zu geben. Was heißt das denn? Es bleibt immer da, du musst es nicht rausnehmen. Äh, hölzerne Aufbewahrung. Also, nee, das ist im Bar-Look. Obwohl doch Aufbewahrung, da kann man auch was reinmachen. Sandsack zur Verteidigung. Ich kann's nicht... Ah, das ist gut. Setze Palz hier ein, um nach Feinden Ausschau zu halten. Nehmen wir mal zwei Pünktchen rein. Heiße Quelle. Palz können sich darin entspannen und regenerieren. Das hört sich auch gut an. Also, ich kann's nicht nutzen, weil ich seh in deiner Box nicht die Palz, die ich gefangen hab. Ja, ich denke, du hast jetzt unten was aufgestellt. Ich kann keine zweite aufstellen. Das geht nicht. Hä? Es funktioniert nicht. Ja, aber wo sind jetzt die hin, die du gefangen hast? Keine Ahnung. Entweder nicht gelandet hier drin, weil... Keine Ahnung. Ich hab nur die fünf in meinem Inventar, die ich so tragen kann. Und da sind die nicht bei, die ich gefangen hab. Und dieser große ist nicht dabei. Der fehlt komplett. Ja, der ist bei mir drin. Ich weiß nicht, ob wir den hier brauchen können. Also, den. Ach nee, doch, den. Wo geht der jetzt hin? Was macht der jetzt? Hallo? Der seht jetzt... Ach, der seht was aus. Äh, aber... Du hast... Hast du den rausgeholt, aber als Gefährte jetzt, oder? Ja, als... Du hast ja ein Team. Das sind immer fünf Stück, könntest du da maximal drin haben. Und das ist... Der ist einer davon. Ja, ja, deswegen frage ich jetzt, weil immer noch sechs von sechs Betten drin steht, deswegen. Ja, ja, nee, der braucht kein Bett. Ich meine, wir sollten sowieso nochmal neue machen, weil das wird ja bald wieder... Nee, brauchst du erst, wenn du das upgradest. Wieder upgradet? Wenn du die Mühle machst, dann musst du auf jeden Fall noch einen rausholen. So, äh... Den ist ein kleinerer, der muss ich bauen. Genau, den hab ich jetzt freigeschneilt. Soll ich den bauen, oder baust du den? Nee, ich mach den... Müsst du ihn erstmal finden. Ich brauch noch etwas Holz. Etwas Holz. Du stehst hier so nah bei uns am... Aber das find ich echt scheiße, ey. Aber sicher, dass du mehr als fünf gefangen hast? Ich hab ja schon mal ein Level voll damit gekriegt und alles. Was macht jetzt der kleinerer nochmal? Da kannst du Pal-Scherben aus Steinen gewinnen. Aus Steinen, dann setze ich den so ein bisschen bei den Steinen hier hin. Ja, aber du brauchst einen, der Wasser generieren kann. Also dieser, ähm... Wie heißt der, ähm... Na, kommt's hier, ja. Der kleine Ortifant, oder was auch immer. Ah, da, der macht schon was da hinten. Nee, der ist so ein Bauen, erstmal. Ach so, der baut, ja. Aber er kann auch Wasser, äh... Also Wasser spucken. Also theoretisch müsste er das dann auch machen können. Ich kann dir nur empfehlen, mach dir ein Schild. Hast du schon ein Schild gemacht für dich? Freigeschaltet, ja. Nee, mach dir das auch mal. Weil das, äh, ist ein Item, was du reintun kannst. Und dann kannst du... Und den Kopfschmuck auch. Der ist auch gut. Das Schild schützt dich nochmal zusätzlich gegen Angriffe für, äh... Ach so, so ein Schild meinst du? Ich dachte, du meinst hier dieses Schild, wo wir eben drüber gesprochen haben. Für Memos, Kommunikation oder deine Einkaufsliste. Ich hol doch mal eben ein bisschen Holz, dann können wir uns eine Einkaufsliste davon machen. Aha. Oh. So, warte mal. Ich hab ja hier eh keinen Platz. Einfach mal spaßeshalber. Du kannst die Pilebox erhöhen. Soll ich sie erhöhen? Ja, wieso kann ich das nicht bauen? Ich behöse. Ach so, weil es rot ist. Du kannst jetzt eine Pilebox mehr rein. Äh, ein, äh, mehr und wir brauchen primitiven Ofen brauchen wir und eine Heiz... Du redest zu viel, zu schnell. Ich kriege ja gar nichts mehr mit. Heiße Quelle, die kann ich gleich machen. Ähm, Bärengarten hab ich noch nicht. Warte mal, Technologie. Äh, warum kann ich kein Bett machen für die Viecher? Ach so, ich hab's nicht freigeschaltet. Und das ist erst in der nächsten Stufe anscheinend. Ja, so oder so würde ich aber trotzdem sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen, schnellen Cut machen. Ähm, und dass wir dann den Rest in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.